Den 10. Mai feiert sich wie am Anfang des ganzen Lastgängers. Du warst, du hast dich schon halb gewohnt, oder? Du weißt ja, den 10. Mai, wie du gegangen bist, zwei Tage lang nach der Schule. Und war es vier Tage beim Bermut, war ein Gedächt an der Lourdes. Und fliegt sich schon kaum, haben wir auf die Fenster angeguckt. Und wenn man dann richtig riecht, an den Anfang geflogen ist es nur jemand los, ich habe den Teufel lassen lassen. Und du musst schon näher, du wirst von Dicke, die sind da, Käpte von den Panzer, an den Tcheggedächt an der Lourdes. Du hattest kein Vollnächtnis mehr gesungen, die waren auch erfeiert, die hatten doch noch niemand nattgemäht. Und du, Bermut, du kommen sie dann hin, man denkt, sei die K4, man mach ich nicht wieder da, zu drei Mal, und du den anderen, tross fallen drun, und faken da oben. Und natürlich, du wirst von der Schule, und da sind wir dann auf der Gare gegangen, natürlich, du wirst keine Suche mehr gehen, aber du koopst den Hullnächt da. Und du mal ein Bus, und du bist an den Breitsertal geholt, und da sind wir zur Faust, und du tust, der Bebe, das ist schon alles. mit der ganzen Ägypten, die ganze Ägypten, da röpgeplänerd, an der Pelzstau, mit Gammjörn, und zwei Kanonen, und zu Faust. Bis man da nachher war. Ja. Zu dem Römen kommen sind, war schon zwei Fliegelchen, von Schosky. Nein. Hat er ihn noch gesehen? Also nicht, Er war nicht. Aber. Die, die habe ich gesehen, da stand doch, wie in der Französischen in der Gesellschaft. Da stand doch in ein Sadir und wie im Trakt hier in den Römer gekommen, Dann kamen nur, da sind nur gelandet, Dann müssen wir das hieß direkt da oben. Und die anderen, das war ja der Preis, die war schon von den Leuten, die meine Mutter sind gekommen. Aber beim Franzosen, da waren du noch Leute dran, oder? Die sind in der Reis gewischt, die sind ja... Die sitzen, die muss man vielleicht reden auf der Mauer, da waren die nicht so gestürzt, die waren ja zu jedem Begriff. Ja, das waren die Deutsch, nicht? Die waren von meiner Mutter, nicht? Ja, meine Mutter, wie sie siehst, die sind so... ...de Franzosen, die sind so gestürzt, wie viele Leute trafen, was das nicht gesehen? Bei mir haben wir natürlich das Obruch, vorwiegend, was das Böge von 14 Jahren. Bei mir ist alles geblieben, bei mir ist ein Abanismus, wenn wir ein Droma, wenn wir gut machen, wenn wir das Ding für die Maschine gefeiert haben, weil wir das last haben, bei mir Reis, Dann kann ich bei euch das nicht wissen, weil die ist ja schon, die Verkölnser ist ja schon, wenn man sie ja schon, die Verkölnser ist ja schon, die haben jetzt schon geschehen. Du hast ja auch schon schon gebeten, weil die Leute, die denken sie ja, fühlen sich rausgehalten, die Kurbeln, ja. In den anderen Dörren schreiben, da haben sie ja schon, da sind ja auch noch ganz viele Kartuschen. Das ist ja das ein Trick. Hast du das gemacht, dass du verstehst, was deine Haier verstopft sind in der Kirche? 10.000 Uhr? Nein. Ja, das war ja auch hier, als ich das Riede war. Die Möder sind doch nicht verstopft. Ja. Die Möder oder weiß ich nicht. Die Möder, ja. Hast du das gemerkt, dass deine Haier wieder? Nein. Wie hast du denn gemacht, dass du von der Kirche verreignet hast? Ja, du war ja auch aufgeregt. Ja, ich war ja auch aufgeregt. Da war ja keine Musik mehr. Ja. Ja. Ja, ich war ja kein Jury mit ihm. Da war ja direkt... Ja, da war ja noch alles Augezug oder viel Augezug in die Jury gehen. Ich war ja kein Jury mit ihm. Aber ich war ja kein Jury mit ihm. Und die anderen, die haben dich nicht gekämmert, wie können wir ihn auch da sein. Du kürzt ja auch, und wie kürst du dann für die RAD da? 43, die erste November, 43. Bis dahin ging es Februar. Ja, wo warst du gekommen oder wer? Im Bischofsheim, in der Löhne. Ja. Aber dann warst du nicht weiter da? Ja. Es ist ein paar Hitzendal. In einem Schloss zu Kolbisch. Ein Zoller von Schwäbisch. Und der Wäber von Schandl. Ja. Aber... Da werden so... 25, 30 Schlüsse, wenn wir so gefühlt sind. Aber du darfst ja schon ein bisschen umhören. Ja, da war dann drin. Wir haben Arbeitsdienst zuerst, äh... Und in der Löhne drin, Matke-Meter, wo man gespürt. Und auch gelehrt schießen. Und da darfst du die Moralschaffe geben. Und dann haben wir dann Büsche geschafft. Und äh... Die Wasserleitung gelöst. Und da waren nur Spezialisten. Die muss... Die muss... Die haben andere geredet. Dann... Kriegst du nicht mehr voll Wasser. Den einen wird Stengen drinnen getestet. Den anderen haben du nicht drinnen. Der Ruckkopf für den Rest. Sagen wir es für so einen Tag zu machen. Ich weiß nicht auf die Wasserleitung. Geh mal Wasser. Prüf dich. Das ist ja noch mal ein Pioch. Ich denke, ja. Das ist ein Trick. Und sie hat das nicht kontrolliert, oder? Wir sind nicht gesehen. Weil immer Wasser... Nogela was. Ja. Man muss ja nicht gemeint, wenn man nur Piochste gerade dabei bringt. Weil dann doch nie, dass sie so einen gekommen sind. Fährst du froh? Fähr freiwillig? Und so an... Ja, doch. Das war nicht echt das. Wie man fortgegangen sind. Nur... Kommen sie dann... Für ein Tess. Alles, was etwa 1,70 Meter größer ist, als ein Tess. Gemustert ging. Und dann hat man eine Piste schrauben. Und jetzt... Wir hatten vier Jahre, dass sie dürfen kämen. Und wir hatten es dann verdreckt. Und dann stand nur noch, wie die anderen schon alle fort waren, und dann kamen wir zuerst so ein paar. Wir könnten auch drüber kommen. Und dann sind auch der Lärz gekommen. Und wir waren ein Paar gekommen sind. Nur so viele Fragen. Auf uns zwei hätten wir dann gerade verzichten können. Wir waren die Gäste von dem Wesen mit. Und die waren Narzis. Ja, und wir natürlich auch... Bei Tessas gemustert waren. Und wir sind vielleicht auch gar nicht, was mir auch zugegeben haben. Und Russen hatten es gekriegt. Ja. Ja. Wir hatten sie schon gemustert. Ja. Vielleicht mussten wir haben, und wir hatten den Stellungsbefehl, wir hatten das erst, wo wir kommen. Ich weiss nicht, wo Stuttgart oder Nürnberg, ich weiss nicht, ich weiss nicht, wo es im Schitt war. Ich habe das schon lange gelesen, wo die Sache nicht leert. Das sind ja so viele die reklamiert, die sind zu letzten Wochen. Ich habe ihn noch. War das in Weyland? Gleift? Wem hast du gesagt, was du da gerade genutzt? In Weyland? Nein. Schlamm. Schlamm. Kamil. Weißt du mehr? Ja. Und da habe ich mir große Fremd. Gleift ihn da noch? Nein, noch von zehn Jahren. Ich habe mich nicht mehr gefahren. Ich habe mich nicht mehr gefahren. Du bist dann noch nicht mehr gefahren? Ich bin mir rein. In den drei Jahren. Ja, das war ein Feierabend. In Februar. Du warst auch ein drei Jahren vor dem NRAD? Ja, das war ein November. Und dann warst du drei Menschen? Ja. Weil du schon in der Stallung zu viel habe? Für die Feierabend? Nein. Nein. Ich war direkt so gesagt, dass wir die Handwerke nicht mehr gefahren in der Zeit haben. Ja. Es war so gesagt, diese Arbeit ist gut. Aber es war einfach nicht. Du warst dann ja. Und du warst dann deswegen so? Ja. Und du warst dann? Wir mussten dann ja. Ja, immer wieder, als ich bin das nicht. Und es war nichts gegen uns, als wir das nicht. Ja, das warst dann wirklich das nicht. Das warst dann nicht wahrst du dich. Oder wenn ich den Dach erst als angezogen habe, oder was schon direkt verstanden habe? Ja, konnte ich hier drinnen, weil da noch ein Rekirn ist. Und nach Däckfall da gefeiert. Da dachte ich, ich war ja, mein guter Patriot. Und nach Däckfall gefeiert. Und dann ist man nicht mehr so, weil man sich nicht mehr nennen lässt. Vorgelaufen. Und dann kam ich an die Kammer, das ist nicht gekommen. Und nach Däckfall, das ist ja mein Schreinisch, durchgegangen. Und dann ist ihn durch den Hoch, weil in den anderen auch gekommen. So war ich dann da. Und wenn ich ab Kummer komme, sind doch schon jemand am Bett. Was hat der schwarze Meer denn? Die waren nur gesprungen, so weiss ich nicht, da kam ich natürlich nicht gewusst, dass der kam. Wie waren dann da verstopft sitzen denn? Weißgerber, der schwarze Meer. Ja, die waren schon da. Ja. Ja. Und früher schlaten sie auch noch den Ehrlich, den Ehrlich Musa. Die nur, ob der Schwämm wäre oder? Nein. Aber ich weiß nicht, aber nicht. Ja. Musa, er dachte. Aber was hat er, sind denn, sind die Preise, du nicht bei Dätre gekommen? So drei Wassen oder? Ja, doch. Ja, wir hatten Zeit gehen, weil wir hatten schon alles. Beschlägt haben. Ich war schon entzettet und ob der Dätre. Das war doch, wenn du in der Leisemgesiedelke gehst. Ja. Und wir haben uns das nicht getraut. Oder was hast du gesagt? Wir haben uns fortgegangen, dass sie nicht durchkommen? Ja. Oder hast du einen Brief geschrieben? Ja. Das war schon. Wissen? 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 Wissen wir? Wissen wir nicht mehr rumkommen? Ja. Das ist ja wie lange was verstopft? Ja, bis Trönstedt Offensiv. Bis September, 4.4? Was hast du denn da den ganzen Tag gemäht? Was hast du mir gemäht? Zuhause habe ich den Körper geschirrt. Und kregen mich. Dann Pädchen kamen dann 2 oder 2 Uhr am Haus. Zu mir war. Du warst immer warm. Aufgelöst. In den Heimel in den Kaarschen. Als der Zeitpader im Zoo gemäht. Und zwar war der Opa. Der Mann hatte ja nicht allgenau gewusst weiss, dass wir da sitzen. Das war nie ein bisschen so. Du hast doch immer bei allen keinen Saldir. Du kamst an den Stallragöne, du kamst an den Miserragöne. Und dem da oben war immer alles sauber, dass dem da oben war. Du war ja kein Dommen da. Ja, und da war kein Kanna am Haus. Nein. Ja, du lebe war ja auch ein Zöhn. Du kam. Du war ja auch. Du war ja auch. Dann war ich schon drückt. Und das hat er noch nicht gesehen. Hat er noch beskannen. Das war ja dann nicht. Das hat er nicht gesehen. Ja, immer schon mal der erste Lichte. Und das hat nie ihn nicht gesehen. Ja, nur beskannen sind auch bei sich gespielen gekommen. Das hat er nicht gespielt. Doch ein paar. Ich bin mit dem Leidredel zu machen. Ich stuch einmal an dem Haus, an der Berg, an dem Föhnste. Und vom Wallysluß. Ich wohnte dort, und dort hat er klug fortgelaufen. Wir hatten ihn geleist, weißt du. Dann stuch ich noch ein bisschen. Ich kenne ihn, dass er noch gekommen ist. Er feiert, weißt du. Und er ist unten. Und er ist unten. Und dort unten lag, dass man dann einmal auf den Neue ist, schon zwar nicht geschwächt. Aber sie hat kein Regimeid, man hat das zweimal gesehen. Ich hatte das nicht gefällt, ja. Dann hatte ich das Gefühl, als ob man das nicht gefällt. So, so und so. Ich weiß nicht, dass die Leute nicht so schön um die Kriege gekannt haben. Und das ging so. Das habe ich auch gewusst. Ja. Wie hat er dir gesagt, dass man getrouwt? Weil sie dann aber nicht gefällt, Mert. Aber ja, wenn man das nicht gefällt, dann braucht man das so. Und dass niemand da gucken kann, weil die Polis da haben. Ja, das darf ich nicht machen. Wenn man das nicht kontrolliert hat, kann man immer die Kriege vom Haus sein. Weil sie nicht gewusst hat, dass sie kommen. Was du dann doch immer mehr Macht hat, dann zu tun mit dem? Ja, das war die ganze Zeit. Ja, das war die... Ja, das war die... Und dann kam noch... ...fiel von Zinanna, die da haben wir gesiedelt, weil das war auch nicht so. Vielleicht aber da war die ja dann eigentlich Zeit zu feiern. Ja, nee, das war echt nicht so. Die war schon fort, dass sie nie geworden bliefden, das war mir immer schon gar nicht gefällt. Und so war sie dann aber bei der Schule angustig. Und so war sie nicht... und so war sie nicht... Und so war sie nicht so, wie es war, oder? Ja. Oder sie war ja nicht. Und so war sie nicht auf anderen Häusern, und so war sie nicht auf anderen Gäten. Das war die Reise nicht auf anderen Häusern, oder so war sie nicht auf anderen Gäten. Ich hatte und dann, dann war ich jetzt noch... Wenn er nie krank ist oder so? Ja, man hat mir Zeit, weil ich das nur noch mal zeigte. Probiert, das nicht abzukriegen. Richtig krank war, kann man nicht mehr. Könntest du da auch keinen Doktor holen? Oder während der war? Ja, das hätte ich auch nicht getraut. Ja, ich habe auch nicht getraut. Ja, ich habe auch nicht getraut. Das war das, was du von mit zwei Jahren fährst? Ja, sechs, wie lange warst du? Ja, am 2. März bis September. Ja, März bis September. Ja. Und der Pastor, aber den nicht in den Land kommen? Nein. Nein, den nicht auch nie. Ja, wie wusste dann am September, wie war das Amerikaner? Wie hat Städten erlebt? Ja, das ist... Wenn man hier knappt, was auch so nicht, dass ich gucke. Die muss den Preis von den Platt hineinreifen, von den Spittfeiern, von den Spittfeiern. Und da waren die Verzehrungen gekriegt. Das ist ja eine Raff gegangen. Das ist nicht beschossen. Man lasst es nur bei. Ja, ja. Und wenn es mich nicht drückt, dann war das dann doch. Muss ich halt immer drehen. Nein, ich kenne es immer ja von Gefolgen. Okay. Ja. Ihr Haim, wusste nicht da, was du wirst? Weil das war ja nicht weg. Ja, ich wusste nicht, ja. Und weil ich da noch sind Gefolgen. Ich wusste nicht, ich krieg das auch nicht. Die Frau von der Josse hat sich auf Milch gefolgen. Und dann, wo ist die dann? Ich habe Milch kamen Josse in, und der Kurier ist er mit ihm. Ich habe Milch kamen, und ich habe zwei und vier. Und ich habe Milch kamen, und Josse hat ihn geholfen. Sie haben raf gesagt. Wir waren die Sachen von hier. Und natürlich, als wir die Zucht haben, müssen sie noch gucken gehen, wo ist die Kahn raf? Ja. Sie waren dort sehr in der Hand von Heim, und dann ging es da hin. Ja, ja. Ja, das war dann auch das. Wie alle die sechs Meistern, die ganze Zeit haben sie sie nie gesehen. Sie waren aber nicht sicher, dass sie gedurcht werden. Das ist nicht, als sie aufs Kommen werden. Nein, nein. Das ist nicht ein Kahn. Als wir dann gesehen haben, dass sie von hier aufkommen sind, sie haben sie zu fausen Pferdkang voran, und dann nach der Kahn. Als sie durch den Norden von hier aufkommen, und dann haben sie ihre Remis, und sie die Opferd, oder was ich gar nicht sagen. Ja, das ist ja. Aufsleuchten und voran. Aber wir haben dann gesehen, dass es knapp ist, von Leve, das Blaschen, da vorne an dabei, und dann fangen sie mal auflafen, und dann nicht so ein Rieferkuchen. Das hätten sie auch gehalten. Ja. 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 Was sind sie mit den Trinken? Und zwar waren wir gut durchgegangen. Ja. Also, wir können so noch mal so beilaufen. Ja. So, die ganzen Opperschaft hat gewusst, dass das doch hier, von so vier Wochen, und zwar noch andere schon gesehen gehabt, und die sind vor. Ja. Zumal, das ist öffentlich, da bist du allgemein, wenn du, du legerst, und du hast die Schuppe geholfen, und du hast die Schuppe geholfen. Ja. 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 seasperral sind ja auch viel Aber es wird zwar ein Haus, aber wenn man das an mein Gefehl hat, wenn man das an die Stahl gehackt hat, dann hat man alles Müll abgerabt. Er hat das geteilt, ja. Ja, wir mussten trainieren wie das ging, weil das in den Fekern rauf ging. Und dann habe ich gesagt, hey, ich hab mir draufgeklopft. Ich hab mir so ein Pullen an den Dingen geholfen. Das ist nicht lange das alles geholfen. Das ist ein Trick. Ich glaube wahrscheinlich. Und dann, wie... Wie hast du dann gegangen, wie... Das ist ja, du willst ja mit Kärne haben, und du hast zu Trondstadt gekommen. Und dann, du nicht rumgefährdet, möchtest von Preiselor mal hinzukommen. Weil der ja am Anfang deserteurer werden. Na ja. Und dann ist dein Raum verstorben, oder was? Das war ja nicht bisher gekommen. Ja. Wir wollten ja nicht mal an den Bälsch. Wir wollten ja viel... Äh... Alles war nicht fort. Wir hatten zwar alles gelöst. Ich war fort. Und dann waren noch... Zwei Kollegen... Von keinem von Werkels... Die da evakuiert waren. Und die waren nicht von der Schulzeit. Die waren hier bei uns. Du... Evakuiert. Und wir hatten einen Päfischgust verordnet. Und wir hatten verloren. Und Bärl... Und du hattest du auch gesagt. Die Amerikaner. Jetzt muss man doch mal zwei Däsenhäte preisen. Und dann haben wir den Däsenhäten. 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 Und man... Und dann haben wir den Däsenhäten oscilliert. Und dann wäre es cyklich. Dann haben wir den Däsenhätenhäte ... D wag können wir mit meinen Ideenаты. Wollen wir den Däsenhätenhäten ... Und dann haben wir den Däsenhätenhäten. Und das ist der Däsenhäte. Und dann haben wir den Däsenhäten Brady gemacht. Wo warehouse das Haus班 des Säbenhäten ! Oder noch die Gefangenpreise. Und wie ist das? Wenn wir an der Schule waren, dann haben wir noch ein paar Arte zu sein. Und dann haben wir noch ein paar Gesichter aufgeregt. Was das echt ist doch. Dann können wir das nicht mehr sagen lassen. Wir haben das Verbot gehabt nach vierhundert Jahren. Ja, aber dann werden wir angesperrt werden. Wie lange werden wir dann? Man kann nicht mehr nachgehen. Man muss noch ein bisschen da sein. Und dann werden wir wieder von den Verwaltungen wegnehmen. Und dann werden wir wieder wegnehmen. Und dann werden wir wieder wegnehmen. Wie dann bei den Preisen durch. Und die dann nicht so. Die dann getraut. Und ich war noch froh. Wie so noch darf man. Und mehr werden wir natürlich bewertet. Wie es nur gereizt wurde, dass wir hier keine Wiren haben. Ja, wie konnte er das dann beweisen? Kann ich doch nicht mehr so. Ja. 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 Ich habe es nicht mehr so. Er ist nicht mehr so. Ja. Ja. Aber wie war das dann? Hast du das dann noch passiert? Ich meine, wie deine Nähe noch gefallen hat? Wie war die Nähe noch von Daniel gefallen? Die Pfeilurgs? Ja. Pfeilurgs. Ja. Wie war das wirklich da? Sie waren nicht mehr dauernd, sondern sie waren nicht mehr dauernd. Sie waren ja 43 Jahre alt. Sie sagten, dass sie ein paar Menschen beherrschen. Sie sind nicht mehr dauernd, oder? Sie waren nicht mehr dauernd. Sie waren nicht mehr dauernd. Sie sagten, dass sie nicht mehr dauernd waren. Sie waren nicht mehr dauernd. Sie waren nicht mehr dauernd. Das war um Ende vor. Ich hatte auch diese Butikette. Sie haben nicht mehr dauernd. Sie denken, dass sie nicht mehr dauernd waren. Ja, ich habe mir gesagt, ich habe alle verhaftet, und wir waren es auch so nähen. Hatten sie noch verhaftet dabei? Nein, sie sind einfach so blöd. Nein, sie sind nicht traut. Ja, sie sind nicht traut. Ja, das war auch noch nicht. Seht ihr, da wäre es vernünftige 20 Jahre. Dichtiger. Ja. Ja. Wie dann, wie die Löser-Lös-Leute alle rumkommen sind. Wie wäre dann die Stimmung? Wie wären die Leute, die vielleicht ein bisschen Mathepreise wären oder so? Hast du gerne, oder sind die Leute, ich meine, geschlafen? Oder werden die Leute nach England kommen? Ja, ja, ja. Wie gesagt, Löser-Lös, hast du mir ruhig gehen, oder? Ja, wir können hier rum, aber das hat sich halt... Mit dem hat er auch schon getan, oder? Ja, ja. Vor 20 Jahren, nach den langen Jahren, hatten wir noch gehalten. Und die Köln-Träger, wenn du nicht auf 100 Prozent, ist es wirklich schwer, bis ich gemänt gewesen bin. Ja. So viele Unrechtlichkeiten, da geschieht. Die zwei Seiten, ja. Von Lokuk und sich waren ja ganz viele Heidswellen verstoppen, oder nicht? Es waren ja relativ viele Heidswellen verstoppen, ja. Ja, es waren nicht verstoppen, ja. Und das am längerenst nie in Erwäsch geben, oder? Oder wie willst du etwas sagen? Ja, das wissen wir nicht. Nein. Ja. Du hast ja gesagt, von Flieschach. Weil da nicht doch... Ich meine, die Deutschen waren ja ziemlich verbrannt. Mit den Franzischen, die waren ja... Ja, die waren ja intakt. Die waren ziemlich... Also, die Kinder waren ja noch sicher gegangen, oder? Ja. Weil dann doch nicht an Poli, oder? Ja. Da haben sie doch nicht nachgeschaut, da. Die Kollegen, die... Da haben sie... Die Kollegen, die in der Stadt, die in der Stadt, die haben ja alles geschaut. Die haben alles geschaut, da. Die haben alle geschaut. Die hat die Leute in der Stadt, da haben wir die Kompass geklaut. Hier waren die Leute in der Stadt. Die haben wir gezwert. Ja, da haben die Leute, die hat mir doch auch geschaut, die konnten eben nicht abbericht. Ja. Das ist toll. Ja, da auf der Oudenaal, da war ich auch Linienlander, in der Amerikaal, da sind wir die Nerlische Reise veröffelten haben. Ja. Ja. Das war immer wieder. Ja, das war ja auf Dukägel. Das war ja so. Das war ja fair. Was wäre dann für dich, wenn du so im Nachhinein guckst, das Schrode so da? Wird das verstopft sein, oder wäre das die Unbewusstheit? Das wäre so, wenn du so bist und okay, im September wären sie eine. Wenn du da mehr zu fängst, dann wirst du nicht, wie die drüben sind. Naja, da warst du halt immer am Lied. Wenn man nicht sagt, ich weiß es noch nicht, muss ich sagen, die sind traurig geholt. Die verließen das nicht alles. Wenn du dich verliehst, du hast 40 Euro, wenn du die AIM in Gefahr gehst, dann bringst du dich in Gefahr. Das ist immer eine schwere Entscheidung. Das war immer das Schultz. Wie soll es denn machen? Ja. 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 Du warst ja... Die Leute, die dich abholen, du, die wir vorgehen, die wir direkt für die Kappe gehören. Ja. Ich verstehe, ob ich es nicht richtig mache, ne? Halt, wie zahlt die von nur dich. Nein. Ja. Weil du sie gefragt haben, das ist für dich. Vielleicht für Dinge, Leute. Du hast ja nicht gesiedelt, wo du vorerst keinen Schuss gehst. Ja. Und die anderen, die ihr verstopft hatten, die das direkt für die Kappe gehören. Ja. 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 Nee, nein. Das war das Thema für weitergegangen. Oder war der Tampas? Ja. Tompas. Ja, das war immer. Ja. Ich glaube, wie cool ist. Das heißt, die Siphonien, wenn da noch Vorgängen sind, da sind sie alle Paare Richtung Belsch gehen, oder sind sie Richtung Frankreich? Ja, Belsch. Wenn da ist Belsch? Normalerweise, ja. Und wenn da noch die Mädel nachgefuhr, bei gewissen Becken, dann ist es so, dass die Mädels gut überkommen. Da ist es noch ein Kriegfest von 9.5. Und das ist natürlich auch nicht so, was ich weiß, 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 dass wir gut überkommen. Und diese Zeit, die Produkte sind noch von Holland, das ist noch was, was ich da. Das ist noch nicht so. Das ist die Lehre. Du hast so verknallt gemeint. Ja, ja. Das war ja auch gefährlich. Wenn es dann nur gehörte zu mir, dann soll ich mit dir sein. Das kann ich nicht passieren. Ja, ja.